Ein großer Supermarkt eröffnet wird in einem ehemaligen Bankgebäude, also wenn man so will von der Finanzwirtschaft in die Realwirtschaft und dass dieses Gebäude mit sehr viel Sensibilität gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt und mit den Einrichtungen der Stadt Wien saniert worden ist und auch einer neuen Nutzung zugeführt worden ist und dass die Wiener Bevölkerung sich hier, entweder weil sie hier wohnt oder beruflich tätig ist oder hier studiert, gut und unmittelbar mit hoher Qualität versorgen kann. Und was mir besonders wichtig ist als Wiener Bürgermeister, dass auch viele landwirtschaftliche Produkte aus unserer Stadt ja eingeboten werden, also dass das Regionalprinzip sehr stark umgesetzt wird und dass viele der insgesamt 645 Unternehmen, die in Wien landwirtschaftliche Produkte erzeugen, hier die Möglichkeit haben, diese auch zu verkaufen. Ja, erfreulicherweise sind die Zahlen jetzt sehr stabil, die Zahlen in den Spitälern, die 7-Tages-Inzidenz. Das ist auch Erfolg unserer gemeinsamen Anstrengung rund um Ostern, mit den Sicherheitsmaßnahmen deutliche Schritte zu setzen und die Zahlen zu reduzieren. Sie können sich erinnern, das war nicht unumstritten. Ich bin da durchaus auch kritisiert worden, aber es war völlig richtig, weil wir jetzt auf einem guten Weg sind. Das heißt aber nicht, dass wir aufhören sollten, vorsichtig zu sein, denn es gibt Mutationen, die aus anderen Ländern importiert werden. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo vor ziemlich genau einem Jahr gesagt worden ist, wir haben die medizinische Krise überwunden, wir können uns jetzt den wirtschaftlichen Auswirkungen zuwenden. Und wir haben gesehen, dass es dann nachher wieder nach einem tiefen Tal einen sehr starken Anstieg der Krankheitszahlen gegeben hat. Ich will damit sagen, wir freuen uns alle sehr über diese Öffnungsschritte und ich bin viel unterwegs, um auch diese Öffnungsschritte mitzuerleben. Aber wir sollten uns trotzdem bewusst sein, dass die Pandemie nicht überwunden ist und bestimmte Sicherheitsmaßnahmen trotzdem noch erforderlich sind. Man wird jetzt abwägen müssen, welche der Sicherheitsmaßnahmen kann man zurücknehmen, welche sollte man aber noch beibehalten, damit es nicht wieder zu einem Anstieg von Krankheitsfällen kommt. Ja, ich kann da jetzt in der Bundesregierung keine Seiten erkennen. Es sind hier unterschiedliche Wortmeldungen. Es ist vereinbart, dass wir kommenden Freitag eine gemeinsame Aussprache haben, die Mitglieder der Bundesregierung, mit den Landeshauptleuten. Und dass wir dort die weitere Vorgangsweise besprechen und auch beschließen. Dass es jetzt einzelne Wortmeldungen gibt, die zum Teil konträr sind, löst meiner Meinung nach eher Verunsicherung in der Bevölkerung aus als Stabilität. Also es wäre, und das war immer meine Meinung notwendig, dass wir alle an einem Strang ziehen in der Politik. Dass wir besprechen, wie die Rahmenbedingungen sind und das dann gemeinsam nach außen kommunizieren. Aber diesen Wettlauf, wer was schneller kommuniziert, welchen Öffnungsschritt, welche Maßnahme, halte ich für kontraproduktiv. Lieber wären wir natürlich bundeseinheitliche Maßnahmen, aber die müsste man halt dann vorher auch gemeinsam besprechen, bevor man sie in der Öffentlichkeit präsentiert. Wir sind in Wien deshalb immer wieder andere Wege gegangen, weil wir der Überzeugung sind, dass es trotz aller Freude über die Öffnungsschritte notwendig ist, auch vorsichtig zu bleiben. Und wir haben beispielsweise jetzt eine Verordnung verabschiedet, die vorsieht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gastronomie dieselben Testungen umsetzen, wie die Gäste, die in eine gastronomische Einrichtung kommen. Denn es leuchtet ja nicht ein, warum die, die kurzfristig in einem Lokal sind, eine, wenn man so will, schärfere Teststruktur haben, als jene, die dort langfristig als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter tätig sind. Das wird auch von der Gastronomie so angenommen, weil die wissen, nichts wäre schlimmer, als wenn wir uns wieder mit steigenden Zahlen auseinandersetzen müssen und wir dann manche Schritte wieder vielleicht zurücknehmen müssen. Ich halte das für sehr vernünftig. Wir besprechen das auch mit den Sozialpartnern in Wien und ich glaube, es ist ein so kooperativer Geist, dass man sagt, man bespricht es zuerst miteinander und präsentiert es dann in der Öffentlichkeit, dass das sinnvoller ist, als das, was wir derzeit auf Bundesebene erleben. Vielen Dank. Vielen Dank.